Nach zwei, drei Wochen hab ich's gespürt. Ja, ob das Helfer-Syndrom dort innerhalb wird. Die Gedanken tragen sich um. Was zu Hause wichtig war, ist jetzt ganz dumm. Du sitzt bei einem Ohnmächtigen, drehst ihn um und sprichst ihn an. Es ist so anders als im Lehrgang. Und irgendwann helf ich dann dort, dass die Verletzten nicht liegen und stehen, die vor ihnen nicht mehr folgen. Darauf geb ich dir mein Wort, wie viele Lehrgänge auch noch vergehen. Irgendwann helf ich dann dort. Und unser Herz ist wie das Vierstrom. In unserer Hektomatik-Welt dreht sich alles nur um Macht und Geld. Die Handys halten überall drauf. Das Leid der Welt nimmt jeder in Kauf. Und irgendwann mach ich da nicht mehr mit. Denn helfen ist so schick. Und wenn entlenkt schon beim J. Und dann, aber noch ist's nicht zu weit. Viele Lehrgänge absolvieren, wie viel die Obrigkeit. Doch bevor der Herzinfarkt mich mit 40 in die Windeln bracht, bin ich schon längst bei mir auf der K. Das First Aid Kit in der Hand. Und sie helfen durch das Land. Und der Gebran helf ich dann dort, dass die Verletzten nicht liegen und stehen, die vor ihnen nicht mehr abfohlen. Darauf gebe ich dir mein Wort. Wie viele Lehrgänge haben noch vergehen. Euren Wagen helf ich dann dort. Und der Gebran helf ich dann dort.